Max Horkheimer, Irene, Nachtstück Blau-schwarzes Haar, langes, dichtes, blau-schwarzes Haar lag über ihrer Stirn, bedeckte Nacken und Schläfen umrahmte das schmale, unendlich träumerische, sehnsüchtige Gesicht. Tiefe, große Augen schauten an der Umgebung vorbei, mit einem schweren Wunsche in weite, weite Ferne. Das Geheimnis ihres Wunsches fühlte Irene heiß und qualvoll, es umfasste sie, war ihr ganzes Wesen, ihre Seele, ihr Leben. Einem Menschen die Welt aufwiegen, einen Menschen umfangen, der die Welt mit allen ihren Schätzen um sie, um ihre Liebe von sich stoßen würde, wie ein schlechtes Spielzeug. Ihre Schönheit und ihre Liebe schätzte sie höher als die hässliche Erde mit der Krankheit und dem stinkenden Kampf mit den eklen Qualen und den dummen Leutlein. Sie wollte das höchste Glück und tödliche Erlösung mit ihrem Kusse spenden. Das Paradies und die Sonne wollte sie dem Könige gewinnen, der sie verstehen, damit ihr lachen konnte über das kleine, niedrige Menschengezücht, über den ärmlichen Gott, der nichts anderes zu verschenken wusste als sein elendes Machwerk, auf das er stolz war. Sie wollte höhnend rufen, sie, ich bin reicher als du, und lachend sterben. Diese Leidenschaft brannte wie verzehrendes Feuer in Jirenes Herzen. Sie stand hoch über allem Gemeinen, ihre feinen Hände berührten nichts, das nicht frei von Staub und Spiegel blank war. Tiefste Verachtung, unerbittlicher Stolz spielte um die schmalen, dunklen, roten Lippen. Sie empfand beim Anblick von Leiden kein Mitleid, sondern Abscheu. Sie hasste die Unglücklichen, weil sie lamentierten und an der Erde hingen, anstatt zu gehen oder sich zu überwinden. Die Welt um Irene war so arm, so abhängig von dem lächerlichen Gott, der nehmen und geben konnte, wie es ihm beliebte, dem sie danken mussten für alle ihre ärmlichen Schätze. Sie wollte den eingebildeten Schöpfer der Erde besiegen, in einer Menschenseele, durch sich selbst, durch ihre Liebe, durch den Reichtum ihres Wesens. Ich bin mehr als du. Ich habe Größeres zu verschenken, kann herrlichere Himmel spenden als du, elender Dilettant. Schwarze Kleider umhüllten geheimnisvoll und einfach ihren schlanken Leib. In Gedanken, als rätselhaftes, unbegreifbares Wunder, ging sie zwischen den Menschen. Instinktive Scheu hielt die Mittelmäßigen und Begierigen von ihr fern. Sie wurde von Vertraulichkeit, vom Alltag gemieden. Sie war allein und die Sehnsucht glühte in ihrem Herzen. Eine Stunde kam, da sie ihn fand. Eine flammende, lebendige Stunde. Er war ein junger Mönch. Ein Mönch, der gekämpft und gezweifelt hatte, der sie sah und Gnade und Seligkeit wegwarf für sie. Er hatte um Wahrheit gerungen, wie ein Wahnsinniger. Die grausamsten Qualen hatten in seinem Hirn gefressen. Sie war als Erlöserin in die Einsamkeit des Ringenden getreten. Kein Hauch des Zweifels schwebte mehr vor seinen Augen. Morgenabend treffen wir uns im Wald. Dann soll die Nacht ohne Morgen der Tag ohne Abschied sein, ronnte der Mönch ihr ins Ohr. Nein, im hellsten Gemache, bei Licht und zwischen Blumen wollen wir das Fest unseres Sieges feiern, antwortete sie mit brennender Stimme. Als die Sonne aufging, deren Untergang ihren Triumph mit rot-goldenen Strahlen ankündigen sollte, fuhr Irene in ihrem von Rappen mit langen Schweifen gezogenen Wagen zu einem Mann, den sie ihren einzigen Feind nannte. Er trug einen berühmten Namen, seine Werke standen in Kirchen der ganzen Welt. Er war ein alter Bildhauer mit weißem, seidenem Haar und so kindlich, innig, fromm, dass die Leute sich Legenden über seinen Glauben erzählten. Nur ihm gegenüber hatte sie Offenheit gekannt aus einem unbekannten, angstvollen Gefühl. Sie hatte ihm stets gebeichtet und ihr war jedes Mal die unsagbar milde Antwort geworden, Du armes, armes Kind! Zu Hause hatte sie oft die Wut gegen ihn erfasst. In seiner Gegenwart verließ sie die Kraft, ihm zu widersprechen. Heute wollte sie ihm ihre Wahrheit ins Antlitz schleudern. Die Wahrheit, dass sie den Sieg über seinen Gott errungen habe, dass sie nicht arm sei, sondern reich, unendlich reich, dass sie glückselig sterbe, auf sein Paradies freudig verzichte, dass sie ihr Ziel erreicht, dass er, der Bildhauer, ein Lügner sei. Vor einer Madonna kniend, an ihrem Fuß meißelnd, fand sie den Kreis. Wie aus Angst, später zu verstummen, rief sie ihm beim Eintritt ihre ganze Botschaft zu. Sie wollte alles sagen, bevor seinen Blick sie treffen konnte und er meißelte weiter, bis sie geendet hatte. Dann richtete er sich auf und schaute sie lange an. Nein, du bist nicht reich aus eigener Kraft. Dein Schöpfer ist es, der dir Schönheit und Besitz gab. Was wärst du selbst, wenn er dir beides genommen oder gar nicht geschenkt hätte, wenn du durch Krankheit hässlich um dein Brot dich quälen müsstest? Du hättest von der Arbeit grobe Hände und der Flug deiner Gedanken wäre vom Alltag gedrückt und matt. Du bist ein elendes Weib ohne die Gnade des Herrn und die Macht über jenen Mönch, die Macht, die du missbrauchst, ist dir von Gott verliehen. Du bist nichts als eine arme, gequälte, zerrissene Seele. Das Übrige ist Eitelkeit, ist Schein, dessen Glanz Blenden und Töten doch nicht erlösen kann. Blicke hinauf in den Himmel, danke ihm für die Schönheit, die er dir verliehen hat und die du schauen darfst, wie ich für jedes Werk danke, das er durch meine Hand vollendet. Komm, du bist krank, ruhe dich aus in ihm, führe den jungen Menschen zu ihm hin, lebet in ihm, tötet euch nicht in eurer Verblendung. Euer Dasein hat einen tiefen Zweck, wir müssen alle auf der Erde wandeln, bis Gott uns erlöst. bleich wie eine Tote, starr mit halb offenem Mund stand sie da, wie staunend vor einem unfassbaren, unglaublichen Ereignis. nicht ich, nicht ich, er ist es, der schenkt und erlöst. Er kann es allein. Ich muss ihm danken, dass ich so bin, wie ich bin und nicht eine Kröte. Ich muss ihm schmeicheln und ihn anbeten, denn er ist mein Herr. Er kann mich zertreten, wenn er will. Ja, ja, das ist wahr, Alter, das ist wahr und ich habe es bis jetzt nicht gewusst. In entsetzlicher Verzweiflung hob sich ihre Brust unter krampfhaftem Atem, wie nach einem furchtbaren Gespenst starrte sie auf einen Punkt der Wand. So blieb sie minutenlang. Dann kam ein ungeheurer, riesengroßer Hass in ihre Minen. Schwarze, grausame Entschlossenheit presste ihre Lippen zwischen die Zähne. Flammender, tödlicher Trotz gegen die Gesetze des Weltalls leuchtete aus dem weißen Gesicht. Ich will keinen Almosen von ihm. Er soll sich auf das, was er mir gönnt, nichts einbilden und keinen Dank von mir erwarten. Ich werfe es vor seine Füße, vor die Hunde und besiegen, besiegen will ich ihn doch. In Sprüngen eilte sie hinaus. Der Kutscher trieb die Pferde zu wildem Galopp. Sie eilte in ihrem Palast, rief einen Notar und verschenkte alle ihre Güter. Sie setzte sich vor einen Spiegel, nahm die schärfste Schere. Wie eine Wahnsinnige unter den grausamsten Qualen schur sie ihr Haar, so weit, dass nicht das feinste Messer einen Zoll hätte gründlicher schneiden können. Das schöne, wunderreiche, blau-schwarze Haar lag tot vor ihr auf dem Boden. Entstellt, lächerlich sah sie sich im Spiegel. Ein Schrei des unerträglichsten Schmerzes zerriss die Stille und dann ein schluchzender Wut. Nein, ich will ihm nichts verdanken. Sie schaute noch einmal in das Glas. Die verweinten Augen und der entstellte Schädel höhnten ihr entgegen. Gellendes Lachen kam von ihren Lippen. Sie hüllte sich in zerlummte ärmliche Kleidung, band einen alten Schal um ihren Kopf und wartete so am Abend auf der Landstraße, die der Mönch gehen musste, um die Stadt zu erreichen. Er kam in der Dämmerung. Sie ergriff seine Hand, führte ihn eine Strecke in den Wald. Sie erzählte ihm die Geschichte des Morgens und nahm das Tuch von ihrem Kopf. Sie zitterte und schrie ihm zu, bist du stark? Sind wir doch erlöst, auch ohne ihn, durch mich, durch mich selbst? Der Mönch stand sprachlos. Er sah im Dämmerlicht die Karikatur dieses Weibes, fühlte sich abgestoßen von ihrer Wut und ihrer Hässlichkeit. Schauder packten ihn, er lief fort, er ließ sie allein. Irene wandte sich am Boden, ihre Verzweiflung war grenzenlos. Sie erhob sich, rannte auf die Landstraße zurück und schlich wie eine Katze dem enteilenden Mönch nach. Ihre Hände umfassten seinen Hals, ihre Nägel gruben sich in sein Fleisch. Sie schnitt ihm den Atem ab, erwürgte ihn. Wenn er dir gehört, gut, so hab ich ihn mir geraubt. Man fand sie bei seiner Leiche und sperrte sie ins Irrenhaus. In ihrer Zelle kam die hellste Ruhe nach all dem Entsetzlichen über sie. Klar stand vor ihrem Geist die Wahrheit. Die Welt ist ein Ort der Qual. Nur gequälte atmen auf ihr. Irdische Güter sind nichtig. Schmach dem Schöpfer, glückselig, wer sich von seinem Dienst befreit. Ich will ihm niemals, niemals danken. Sie überdachte alles Unglück, alles Leiden der Erde. hasste den Gott für sein Unrecht und konnte die abscheulichen Menschen trotz ihrer Schmerzen nicht lieben. Sie fluchte der Sonne, die lügenhaft das Elend vergoldet, lachte über die paar armseligen Freuden, die uns vergönnt sind, wenn wir vor dem Tyrannen kriechen, der die Martern geschaffen, damit man ihn anbete, weil er weiß, dass ohne drohende Martern keiner zu ihm kommen würde. Sie begriff, dass sie nichts ihr Eigen nennen konnte als Wehmut und Sehnsucht, nichts gewinnen konnte als Wünsche und Begierden, dass alles andere vergänglich und geschenkt sei. Sie schaute tief in die Hölle des Lebens, das ewig strebt und nie erreichen kann, weil sein Wesen Streben ist. Sie fühlte, dass auch ihre Sehnsucht nie gestillt werden konnte, nie, denn sie selbst war unstillbare Sehnsucht, bis sie verlöschen würde wie eine Flamme, immer schwächer brennend, immer schwächer, bis es ganz Nacht ist, tiefe, tiefe, ewige Nacht. Sie empfand die übermenschliche Grausamkeit dieser Wahrheit, verächtlich zuckte ihr Mund, sie verschmähte diese einzige Lösung. Sie spielte geduldig die Rekonvaleszentin, bis man sie aus dem Irrenhaus entließ. Die Plagen grauer Langeweile, eintöniger Arbeit, tiefster Demütigungen nahm sie auf sich. Mit straffer Energie hielt sie während des Aufenthaltes in der Anstalt den wirklichen Wahnsinn von sich ab, nachdem ihre gefolterte Natur sich sehnte. Der Gedanke an ihre letzte kommende Tat, die ihre Leidenschaft noch vollbringen musste, gab ihr diese Kraft. Um die Zeit zu kürzen, sich wach zu halten, bis sie sich des Nachts in ihre Arme, krallte sie ihre Nägel in ihr Fleisch, dass den Tag lang die Wunden wie Feuer brannten. Sie liebte die physischen Schmerzen. Nach ihrer Entlassung arbeitete sie in einer Fabrik, bis sie sich das Geld zu einer Pistole erspart hatte. Sie kaufte sich die Waffe, verbarg sie in ihren Kleidern und ging zu dem alten Bildhauer. Es war tiefer Winter, Schnee lag auf allen Straßen, Sturm fegte über die Häuser, der Himmel war trostlos grau, eisige Kälte schnitt durch Irenes Bluse in ihrer Haut. Raben flogen hoch über der Stadt. Es war früh morgens, als sie in das Haus des Künstlers trat. Er saß beim Kamin vor einer aufgeschlagenen Bibel. Irene trat blau vor Kälte ins warme Zimmer. Du da, du Heuchler, ich habe mit dir zu sprechen. Ich fürchte deinen Blick nicht mehr. Der Greis kam auf sie zu und wollte sie in die Nähe des Tisches führen, wo eine Schüssel mit dampfender warmer Milch stand. Danke, ich will auch kein Almosen von dir, und weil du mir Speise anbietest, werde ich dir den Appetit verderben. Warum bist du so erregt? Was quält dich, armes verirrtes Kind? Was mich erregt, das will ich dir sagen, deine Sünden und die Sünden deines Gottes, dass ihr uns belügt und betrügt, dass ihr jeder stinkenden Kreatur das Glück vorspiegelt und predigt, dass ihr vom Paradies und vom Himmel sprecht und dass es doch nur eine einzige Erlösung gibt, nämlich die, dass wir selbst den Mund halten und zu Wünschen aufhören. Diese Schurkereien quälen mich, mein milder Herr, dass wir in dem Lebensglut brennt, durch Ewigkeiten lebendig verbrennen müssen, dass es nichts gibt als den Wunsch, den Wunsch und keine Erfüllung, dies macht mich rasend während es dich kalt lässt, du freundlicher Unmensch. Ich sei nichts als eine arme zerrissene Seele, hast du einmal gesagt. Nun gut, das verzeihe ich deinem Gott nicht, der mir nicht hilft, der mich leiden lässt und dazu lacht mit seinem blauen Himmel und seiner goldenen Sonne. Begreifst du das? In mir ist Leben, Sehnsucht und Leidenschaft, deshalb hasse ich euch, ich hatte eine schöne berauschende Religion, du hast sie mir geraubt, du hast mir die Wahrheit gesagt, ich verfluche dich darum, du bist ein Knecht, nichts Großes, Herrliches ist in dir, du bist feig und klein, schickst dich in die fahre Notwendigkeit, du leerst die Liebe und hockst hinter dem Feuer, während sie draußen frieren und mit den Zähnen klappern, du willst Gutes tun und wendest deine Tage daran, dumpfe Kirchen zu schmücken, in denen Menschen angelogen werden, du lässt dich bewundern, anstatt zu helfen, du bist zufrieden und dünnst dich gerecht, während andere verzweifeln, du genießt die Gesetze, die verworfene Unglückliche in Zuchthäuser sperren, lebst in einem Staate, der sich nur durch Waffen, durch Blut behaupten kann und du lehrst das Mitleid und die Duldsamkeit, du führst das beschaulichste Dasein und rutschest dafür auf den Knien vor deinem Herrn, Sklave, feiger, heuchlerischer Sklave, du lügst und sündigst mehr als ich, wie alle Gerechten und Frommen mehr sündigen als ich, denn ihr lügt, ihr seid Verbrecher und schreit Liebe in die Welt hinaus, ich will dir eine Antwort geben, wie du sie noch nie gehört hast, trotzdem ich weiß, dass es mich nicht retten kann, trotzdem ich den Weg kenne, der zum Heil führt, trotzdem ich fühle, dass ich widersinnig handle, will ich mich töten, weil ich euch und alles hier auf Erden und im Himmel verachte, weil ich klein und niedrig ihr heuchelt und mordet und kriecht vor Gott oder vor Geld ich ich sehne mich hinaus weit weg von dem Ganzen ihr seid mir zu arm und zu schlecht und das scheußliche Weib mit den hohlen Augen und dem zum Gerippe abgemagerten Leib mit dem kahlen Kopf und den Lumpen zog die Pistole und erschoss sich vor den Augen des Greises